Hey ihr Süßen, wir sind's wieder. Wir hoffen, es geht euch gut. Hallo! Heute dachten wir, heute machen wir, heute dachten wir, heute machen wir... Denken tun wir eigentlich immer. Meistens. Ja, so gut es geht. Nein, die Sims und ich dachten uns, wir machen heute eine Challenge und zwar die What's in my mouth challenge. Habe ich dieses Mauch? Mauch? Mauch. Was ist in meiner Maus-Challenge? Nein, was ist in meinem Mund-Challenge? So, und ja, wir dachten uns, wir werden... Red doch auch immer, warum muss ich es immer alles sagen? Wir werden fünf Sachen aussuchen. Ja, du sagst, red doch mal und red es weiter. Wie heißt der Gutmann-Challenge? Hallo, ich bin die Sevin. Dieses Mädchen ist ganz aus dem Kopf da draußen. Äh, endlich? Äh, endlich? Was ist denn endlich? Was habe ich in der Grundschule gedacht? Endlich, ey. Es heißt endlich und nicht endlich. Ich wollte eigentlich sagen, aber dann dachte ich mir, vielleicht passt doch endlich. Also eigentlich. Enkel. Ich muss sie ertragen. Für mich ist sie nicht so toll und lustig wie sie. Und so? Ja, ist auch so. Aber ihr wollt sie unbedingt sehen. Sogar ja eigentlich bist du ein Fan von mir. Ja, ich bin verrückt. Also auf jeden Fall. Ja. Okay, auf jeden Fall. Machen wir die? Wormst du mein Mund-Challenge? Ja, was ist in meinem Mund-Challenge? Genau. Na, Zähne. Nein. Aber, wir werden, ähm, ich wollte es eigentlich mit Gegenständen machen. Auf gar keinen Fall. Ja, aber Sevin ist voll die Spielverderberin. Das ist nicht. Wenn ihr das Video mit den Gegenständen im Mund sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und des Weiteren hat die liebe Sevin auch vor, ihren eigenen Kanal zu öffnen. Und, äh, dieser Kanal ist noch nicht fertig. Das heißt, ich werde euch ihren unfertigen Kanal unten in der Infobox verlinken. Und ihr abonniert sie schon mal. Und auf einer Abonnentenzahl von 3000 Leuten wird Sevin ihr erstes Video online stellen. Okay? Also. Ich denke, das würde ganz schön schnell gehen, dass wir auf jeden Fall Sevin kann. Hoffentlich. Ich habe hier endlich überredet. Und endlich. Ja, endlich mal. Ich habe mich jetzt wirklich dazu entschlossen. Ja. Jetzt wird fast 30. Ich bin hochmotiv... Wie bitte? Ich bin knappiger 18. Ja, voll. Dann bin ich 15. Nein, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Und, äh, ich freue mich auch schon. Und wie gesagt, äh, ja. Du begleitest dem Thema. Auf jeden Fall werden wir jetzt die What's in my mouth Challenge endlich mal hier machen. So, ich gehe jetzt in den Raum nach hinten. Ich kriege jetzt so ein Band um meine Augen herum. Eigentlich ein Schal, aber... Oder ein Schal ist auch egal. Ähm, und Sevin wird schon mal hier fünf Sachen vorbereiten, was sie mir in den Mund steckt. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, müssen wir... Die Auge verbinden. Das wäre schon... Ich muss jetzt irgendwie hier rauskommen. Ja. Ja. Soll ich fliegen? Komm, muss hier heraus. Ich gehe schon mal nach hinten. Sie wird mir die... Ich muss erst mal die Auge verbinden. Und dann sehen wir uns nochmal gleich. Toll. Also, die Soraya, die ist jetzt hinten im Zimmer. Und ich suche jetzt mal ganz leckere Sachen aus. Ich zeig euch die schon mal. Einmal lecker Meerrettich. Tomatenmark. Mit Basilikum. Das finde ich ganz gemein sein. Deswegen nehme ich noch Zimt. Teebeutel. Ist ja auch zum Besten. Und dann nochmal was ganz Exotisches. Und zwar Kokosöl. So. Ich habe jetzt meine fünf Sachen. Doch das sind also... Das sind fünf Sachen. Und jetzt hole ich mal die alte von hinten. So. Komm. Komm mal hin. Schrei. Okay. So. Oh nein. Ich will nicht. Ich hasse sowas voll. Ich kann das noch nicht mal mit dem Tasten und so jetzt mit dem... Also deine Zuschauer, die wissen ja schon, äh, was du für leckere Sachen bekommst. Ich hasse dich. Leute. Hatet sie, wenn sie mir ganz viele Sachen... Nein. Komm. So schlimm ist das gar nicht. Das ist sogar noch richtig nett. Okay. Ich hätte vielleicht doch nochmal ein paar andere Sachen... Ich hätte gerade nicht so voll essen sollen. Oh Scheiße. Das ist sogar noch hier zu. Warte, Soraya. Ich bin... Das hört schon voll eklig an. Das... Das... Ich bin nicht so gemein. Ich... Ich bin aber gemein. Das weißt du nicht. Ja eben. Wieso nehme ich so eine Rücksicht eigentlich? Ich nehme keine Rücksicht. Ich nehme keine Rücksicht. Nein, das... Davon nehme ich so. Schön rund aufmachen. Soraya. Ich will erstmal riechen. Nein, nein, nein. Das... Das ist nicht... Nose-Challenge. Haha. Vielleicht würdest du das nie nachziehen oder was? Ja, du mich auch. Haha. Oh nein. Soraya. Haha. Haha. Nein. Komplett... Scheiße. Was... Das ist wirklich... Ist das Zimt? Ja. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass es kreferregend ist. Es gibt mir volle Folie mit Wurzern, aber... Das kommt so schön mal, dass ich... Also einen Punkt hast du auf jeden Fall schon gemacht. Ja, ich hab mir ja gleich die Zimt-Challenge machen können. Das ist... Ey. Du hast den Blut. Ist doch gut. Wuuu. Jetzt kommt was richtig Leckeres. Hm. Was richtig Leckeres. Das ist richtig lecker. Ich hoffe, dass... Ne, das nicht auch. Echte, ich will doch nach Hause... Scheiße. Ey, das Zimt... Es wird immer trocken im Mund. Mund auf! Hey, Soraya! Nein! Soraya! Mund auf! Wieso die Campy? Hahaha. Los! Soraya Mund auf! Du kriegst volle Kalle zurück. Ah! 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 Ii, was ist das? Auf welchem Oriental... Was ist das denn her, ey? Was denkst du? Hast du vom Türken nebenan gekocht, äh... Wie das ganz Oriental-Sport? Das ist scharf! Und, was ist das? Keine Ahnung! Was war das? Weißt du nicht? Meerrettich! Was ist das? Schatz, was ist Meerrettich? Das isst du mit Lachs. Oh! Iiiiih, du bist so engelhaft, Alter! Und so eklig ist es gut. Das Gute ist, ich kenn mich in der Küche noch nicht so gut. Da werde ich dir irgendeine Scheiße... Soraya, wenn du das machst, dann bring ich dich. Werden wir schon sehen. Meerrettich. So! Direkt geht's weiter, liebe Soraya! 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 Ich will nicht! Ich will nicht! Soraya, Mund auf! Sofort! Das ist leckerig! Mund auf! Ich tue sie mir lage! Mund auf! Ah! Ah! Tomatensauce! Tomaten-nicht-Sauce! Thomas mag? Richtig! Mh! Kann ich noch mehr Lohkohle spassen? Das ist sogar verfeinert mit Basilikum. Ja, jetzt habe ich doch auch Pizza. So, jetzt kommt was richtig cooles. Was heißt das denn? Ich will dir nur sagen, du darfst das nicht runterschlucken. Du darfst nicht darauf kauen und das runterschlucken. Einfach runterschlucken und... Soraya! Heavy! Nein! Ich weigere mich! Das ist überverlässig. Du, wer hatte diese Idee? Du wolltest jetzt eine Challenge machen, dann bekommst du diese Challenge auch so. Aber das ist kein Fisch oder so, ne? Woher soll ich denn Fisch jetzt holen? Aus dem Aquarium. Liebendig! Also, wie gesagt, du darfst es schmecken, aber nicht runterschlucken oder kaum. Mund auf! Soraya, Mund auf! Nein, Mund auf! Soraya, Mund auf! Mund auf! Los, Mund auf! So, ich... Es reicht mir jetzt! Ich kann... Nicht runterschlucken! Hura! Oh, ja! Du hast mir die ganzen Fähigkeiten in den Mund ge... Oh Gott, Soraya. Du bist gut! Du hast noch einen Punkt. Das ist super, Soraya. Rauchen wir ab! Jetzt kommt... Das hier. Was ist das hier? Ja. Und das wäre ja bloß nichts jetzt sagen. Also ganz ehrlich, ich kannte es vorher auch noch nicht. Saji? Ich kannte es auch noch nicht. So, Mund auf. Das darfst du diesmal essen auch Mund auf schlucken. Mund auf. Ey Leute, Ihn Kanal nicht abonnieren. Mund auf. So, eier Mund auf. Ach doch. War das Butter? Nein. Margarine? War das Butter? Margarine? Nein. Das war jetzt aber kein Fritursefett oder so? Nein. Ich weiß es nicht. Kokosöl. Hä? Aber es hat gar nicht so geschmeckt. So, liebe Soraya, du hast... Drei Punkte. Drei Punkte. So. Okay, jetzt ist das Video zu Ende. Wir danken euch herzlich. Jetzt bist du dran. Aber wie du dran bist, Leute. Ey, was ist ekelhaft. Aber okay. Komm so, ich wasche. Jetzt Zimt und so ist richtig leer. Ja! Zimt ist so... Richtig ekelhaft. Ich bin fast erstickter. Warte, warte. Die Teebeutel war gut, ne? Ja. Du kannst mir die ganze Teebeutel. Aber ihr wisst ganz genau, wie Soraya drauf ist. Und Soraya ist nicht so nett. Boah, ich brauche erst mal Labello dieses... Meine Dippe sind voll trocken, ey. So. Liebe Sally. Du kriegst die volle Wucht zurück. Volle Wucht zurück. Volle Wucht zurück. Volle Wucht zurück. Komm, ey. Du kannst mit den Sachen zum Beispiel... Die essen rein, damit sich der Mund wieder neutralisiert. Der Geschmack im Mund. Boah, das ist so eklig. Vor allem dieses Meerrettich. Echt so krass. Heilig. So, liebe Sally. Dann werde ich dir die Augen verbinden. Und ich werde jetzt für dich leckere Sachen aussuchen. Ne? Okay, dann kommt mal her. Komm, tschau. Okay, Leute. Ich werde jetzt ein paar Sachen hier aussuchen. Ich kenn mit der Küche nicht aus. Aber das ist überhaupt ein Problem. Denn meine Sachen bleibt ekel. So, ich hab jetzt die fünf Sachen zusammen. Leider waren keine Eier im Kühlschrank. Sonst hätte ich mir das echt gegönnt, dass ich hier Eier in den Mund stecke. Rohe. Aber ich habe genommen. Wissenöl. Balsamico. Almenta. Almenta Kräuter. Also Gru 50. Und ähm, Putenaufstrich. Draußen ist es ein bisschen laut, weil die Nachbarn sind da irgendwie voll am Fluchen, also nicht daran stören, aber ja, ich hole jetzt die alte rein und dann werden wir sie mal schön füttern, okay? So, so. Mami? Ach, ist das hier mein Platz schon? Ja. Oh, Kacke. Du musst nicht sehen, ne? Okay. Aua, Mann! Meine Maskara! Maskara, aber hau doch eine Schale um den Augen. Haben wir wieder, ich weiß nicht, das ist alles so schlecht. Ich fang einfach mal an. Boah, wenn du richtig Scheiß-Sachen nur genommen hast, dann hau ich dir eine rein. So. Nicht so viel! Siehst du das? Nee, ich sag dir das nur, weil ich dich kenne. Okay. Nee, nee, die vielen nehme ich nicht. Aber bitte Mund aufmachen. Das ist mein Brotaufstrich, Soraya. Ja, wie heißt das? Mein Pupenaufstrich. Ja, genau. Ich habe auch viele flüssige Sachen, ne? Ja, bin super. Pass auf. Aber hast du geguckt, dass das nicht abkauft ist? Schatz, das ist nicht meine Küche. Das sind ja nicht meine Küche. Boah, verdammte Scheiße, was Soraya. Sei ruhig. Ey, ich nehme keinen Vorleppsel, ja? Nein, nein, ist kein Vorleppsel. Was ist das? Ich bin ein Mist. Was ist das, du Miststück? Sei es warm und ko. Richtig! Aber kaufen tust du's, ne? Das ist ja andere. Das ist noch der Anfang, Schätz. Du kriegst meine Sachen mit zum Waschen. Aber dass ich die richtig wasche, ist eine andere Frage. Einmal A. A. Richtig. Richtig A. Richtig. Leier. Leier. Richtig A. Richtig A. Richtig A. Die eine. Okay, sag ich einfach. Endlich, du sagst, was ist das? Ich brauch Wasser. Du kriegst gleich was Flüssiges. Das wird dann dauernd los. Mein Gott. Was ist das? Willst du noch probieren? Ja, das ist klar, Richtig A. Ja, das ist klar, Richtig A. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vollkornmehl. Boah, wie äh. Dinkelmehl. Das ist super. Oh Gott, die ist fein. Das ist ein Richtig A. So, jetzt einmal A machen. Wir haben ja auch ein Richtig A. Boah, das gute Liede. Jetzt machen wir weiter. Ey, das ist echt das ekelste. Du weißt nicht, was du gerade bekommst. Ey, das ist ekelreich. So. Was ist das? So. Ah. Ah! Du Miststücke. Du sagst nachdem, was ist Meerrettich ist das? Ja. Ich dachte, ich hab erst mal Almette genommen. Ganz ehrlich, dieses Meerrettich war so ekelhaft. Ich werd's dir auch in den Mund stecken. Wieso aber so eklig ist das eigentlich gar nicht? Oh Gott. Bin ich verschmiert? Nein, Mann. Das muss ja fällig bei dem sein. Ey, guck mal. Das ist voll strenglisch. Neuer Trend. Du siehst jetzt richtig kurzig aus. Oh. Ich kann nicht mehr. Aber... Meine Hose. Super. Am besten fand ich das immer noch mit dem Meer. Boah, ich bin nicht wissen, wie ich ausgesehen hab. Auf jeden Fall hab ich gewonnen. Ja. Ey, wieso habt ihr keine Eier im Kühlschrank? Weißt du, wie ich mich auf die Eier... Ich wollte das Ei... Ja, hol mal. Wenn du das gemacht hättest... So war ja ganz ehrlich. Erst mal ein bisschen mit dem Apfel essen, damit sich das Ganze wieder neutralisiert im Mund. Ich hab ja eigentlich... Guck dir das mal. Guck mal, wie eklig, Leute. Ich hab das ja eher ausgespuckt alles. Oh mein Gott. Du hast alles schön gegessen. Braves Kind. Gleich rufst du mich an. Ja, weil die waren auch so voll die haarlosen Sachen. Guck dir mal, die ich einfach... Kokosöl würde ich vielleicht über meine Haare alle sagen. Was? Aber ey, der Zimt. Ja, das... So. Dann würde ich sagen, war auch das Essen von unserer What in my mouth Challenge. Und ich würde sagen... Das war's jetzt von uns. Wir danken euch mal wieder fürs Zusehen. Genau. Wir lieben euch. Mua! Eure Soraya und Sabi. Bye! Kannst du auch mal reden? Warum redest du nicht? Ja, warte mal. Willst du auch mal was sagen? Wie sollst du denn mal noch was sagen? Aber das war's mal. Ja, warte mal noch was sagen. Was? Was? Du bist doch mal warte mal. Wir sagen, was ist nicht so, was hast du? Weißt du einig, wie du was? Da bist du auf dich. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht wirklich. Und du bist das, ist das ganze Zeit.